Wurde nochmal vorne, ich musste abbrechen. Mann ey. Wie kotzt das einen an, nicht alleine zu wohnen. Nochmal hier. Ich kann wieder schreiten. Und hopp. Und hopp. Hopp. Kontrollpunkt. Uäh. Nein, 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 nein. Ah. Nein. Ähm. Ähm. So. Oh. 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 Schräg springen ist aber nicht fallen, doch die blödsten Wege sind meistens die richtigen Nein, nein, nochmal, mach keine Kunststücke, was ist los? Hoffentlich habe ich jetzt auch Ruhe aufnehmen So jetzt aber Jetzt kann ich wieder Ansprung nehmen Zack, 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 zack und Sprung Yeah, hopp Hmmmm Ach, das schallt mich ja nix Uah Zack Was soll das bedeuten? Nöööö Also hier lang Ah, schon wieder geschafft Ah Wer ist das? Ah Ich hasse und Tote Verstehe Hopp Nöööööö Hööööööööён Sä Nöööööög Weg Ha, geschafft Zack Was das Rätsel angeht, bin ich eigentlich in den letzten Folgen ziemlich schlau Au Ist das Silikon geplatzt Spät Rätsel Lektor Lektor Mann 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 Ja, das war immer mal ein stylischer Sprung Jetzt bin ich eine Etage höher. Keine Ahnung wie ich jetzt drauf komme, aber bald kommt hier San Andreas. Heißt auch MTA. Wer schlägt Sirius? Wenn man noch keine Nachrichten kriegt darüber, bin ich traurig drüber. Ähm, ja. MTA wäre doch auch mal cool. Together. Das ist jetzt offen. Da und da. Hm. 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 Spiel ist aufgegangen. Ach, was mache ich? Nein. Au. Wo. Hopsa. 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 A-sio-se-mata. Oder wie das heißt. Oh, hier geht's weiter. Meine Güte. Hopp. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich muss jetzt da runter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da kann ich wieder hoch. Oh, da ist ein Schalter. Den solltet ihr erst betätigen. Oh, mein Gott. Gut, viel passiert. Oh, mein Gott. Weiß man ja gar nicht, solange man soll. Oh, mein Gott. Nee, eigentlich bin ich nicht gekommen. Hm. Oh, mein Gott. Ich kann da jetzt nicht mehr lang. Die Treppen sind da. Oh, mein Gott. Hm, ja, okay. So, hopp. So, hopp. Das sind normale Geräusche, wenn im Hintergrund. Mann, war Glück. Wieso? Oh, mein Gott. Ich bin ehrlich. Da ist ja der Schwung. Mann, mach gleich nie zurück. Da ist ja der Schwung. Hopp. 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 Nein! Nein! Ach... Komm mir doch! Hopsala und Hopsala. Kann ich erst nur benutzen um die Tatel da drüber zu nehmen. Zack, 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 zack und hopp. Ne, von da aus kann man nirgendwo hin. Doch, nur um einen höher zu gehen. So. Ach, jetzt nun mal. Das ist ja gerade irgendwie gemacht worden. Ah, das ist ein bisschen geil gemacht. Das ist das Blödste man immer von hier sprechen muss. Das ist alles nur für ein Artefakt oder so. Mit E-Pack brauche ich nicht. Ach, falsche Taste. Was ist da? Zu spät. Was war das denn? Puh! Check your ass! Guckuck! B! 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 Dabei... ... sind keine Relikte hier. Das ist eigentlich schon mehr wert. Nein! So. Awesome! Gutes Timing. Nochmal. Und zack. Okay, blöd. Jetzt aber. Was ist denn die Plattform? Nein! Ach Mann! Ach knapp. Kuckuck. Hop. 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 Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ahhhh, knapp. Kontrollpunkt Alter, heute hab ich mich verarschen. Vielleicht noch? Alter Alter, man, in serious, du bist doch voll loof. Alles nur wie so ein Artefakt, ey. Ach, warum? Oh, hier war das Artefakt drin. Warum geht das nicht? Naja, ich bin ja wieder hier auf das Artefakt. Ach, Gott. Zu früh geworfen. Ja, du kriegst ja dein Medipack. Ah, meine Fresse. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Wo führt mich das hier jetzt hin? Wo führt mich das hier jetzt hin? Ich geh jetzt mal den unteren Weg. Oh, was. Oh, was. Oh, was. Ich geh nicht zurück. Ich geh einfach runter. Ne, ich geh einfach hier runter. Oh, was war ich? Ich geh? Oh, was war ich denn so? lang. So viele Wege. Vielen Dank.